Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit zwei Todesopfern gilt in Schleswig-Holstein heute Trauerbeflaggung. An allen öffentlichen Gebäuden werden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Ja, ein 33-jähriger staatenloser Palästinenser hatte zwei Menschen brutal getötet und sieben weitere zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßige Täter, er ist polizeibekannt und einschlägig vorbestraft. Er soll erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden sein. Mehr von Nadine Janz. Die Spurensicherung am Tatort ist abgeschlossen. Doch der Schock bleibt. In diesem mit 120 Personen besetzten Regionalexpress attackiert ein 33-jähriger Passagiere mit einem Messer. Zwei Menschen sterben, sieben weitere werden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Zug war auf dem Weg von Kiel nach Hamburg. Am Bahnhof der 2000-Einwohner-Gemeinde Brugstedt kann er schließlich halten und die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Zeugen hatten ihn zuvor überwältigt. Der Täter kam zu uns in den Waggonen mit erhobenen Messern. Er kam so daher und hat einen Kollegen oder ein anderer Fahrgast in den Koffer entgegengeschmissen und den Täter überwältigt und wir sind nach hinten geflüchtet. Und dann bin ich gerannt und mehr kann ich leider nicht sagen. Ich habe die verletzten Menschen gesehen, das war ganz, ganz schrecklich, so viel Blut. Hintergründe zur Tat sowie das Motiv sind noch unklar. Zur Identität des mutmaßlichen Täters weiß man bisher Folgendes. Das ist ein staatenloser Palästinenser in dem Alter zwischen 30 und 35. Und er ist der Polizei kein Unbekannter. Zwölfmal soll er bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sein. Unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, sexueller Nötigung und Checkkartenbetrugs. Noch bis vor einer Woche saß der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme soll er verwirrt gewirkt haben, hatte sich laut Polizei selbst Verletzungen an den Händen zugefügt. Er wird zurzeit im Krankenhaus behandelt. Das Innenministerium in Schleswig-Holstein hat heute eine Trauerbeflaggung angeordnet. Zum Gedenken an die Opfer sollen die Fahnen aller Behörden und Dienststellen auf Halbmast wehen. Und damit schauen wir nach Schleswig-Holstein zu Daniel Koop an diesem Donnerstagmorgen. Er ist für uns am Bahnhof in Brockstedt. Guten Morgen, Daniel. Ja, mittlerweile ist ja auch mehr über den Täter also bekannt geworden. Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand über den 33-Jährigen? Nun ja, ich habe mich heute Morgen mit der Polizei und auch mit der Staatsanwaltschaft schon kurz unterhalten können. Und da hat man mir gesagt und auch bestätigt, dass man in der Tat aktuell in alle Richtungen ermittelt. Es gibt ein großes Fragezeichen, was da wirklich hinterstecken könnte. Ihr habt es ja gerade auch schon im Beitrag erwähnt. Der Täter ist erst vor einer Woche aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Da gab es viele Delikte in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite haben wir es ja auch gehört, und das wurde gestern auch so berichtet, dass er wohl verwirrt gewirkt hat, als dann die ja eigentliche Festnahme dann auch stattgefunden hat. Und wie wir auch bisher gehört haben, soll er in der Vergangenheit nicht als Extremist aufgefallen sein. Also die Frage steht im Raum, was steckt dahinter? Sprechen wir hier über einen möglichen Anschlag? Sprechen wir hier über einen Amoklauf? Sprechen wir hier über die Tat eines psychisch Verwirrten? Es wird im Laufe des Tages, da gehen wir auf jeden Fall von aus, weitere Informationen geben. Ich hatte gestern Abend die Möglichkeit, mich noch einmal mit der Sprecherin des Ministerpräsidenten hier von Schleswig-Holstein auch zu unterhalten. Da wurde mir gesagt, dass es am Nachmittag wahrscheinlich eine weitere Pressekonferenz dann auch geben wird vom Innenministerium mit hoffentlich weiteren Details. Der Ablauf der Tat, was weiß man da mittlerweile drüber? Also was wir gehört haben von den Menschen, die in diesem Zug waren, das ist ja eine klassische Pendlerstrecke hier, auch Richtung Hamburg. Was wir da gehört haben, das war ja wirklich extrem sehr schreckend. Also ungefähr 130 Menschen haben sich in diesem Zug befunden. Das Ganze hat sich ja gegen 15 Uhr ereignet. Und der Mann, der soll ja wohl wahllos mit dem Messer dann auf Menschen auch losgegangen sein. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Einer Frau soll ja regelrecht ja den Hals ja durchtrennt haben. So haben wir das gehört. Und man muss aber auch ganz klar sagen, Zivilcourage, die konnten wir hier gestern erleben. Also Menschen, die mit Koffern auf diesen Mann geworfen haben. Menschen, die ja versucht haben, den Mann noch vor weiteren schrecklichen Taten dann aufzuhalten. Und so konnte er dann letztlich auch gestoppt werden. Also das waren wirklich Helden, die da gestern mit dem Zug auch unterwegs waren. Der Zug, der war bis gestern ungefähr 19.30 Uhr hier auch noch an diesem Bahnhof. Und die Kriminalpolizei und auch die Spurensicherung, die hat sich den Zug hier genauer angeschaut. Aber die Ermittlungsarbeit auch in diesem Zug, in diesem Regionalzug, die werden heute fortgeführt werden. Dani, und du wirst natürlich die aktuellen Ermittlungen weiter für uns verfolgen. Danke dir erstmal für den Moment nach dem Borgstedt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.